Hallo liebe Zürcher, hallo liebe FCZ-Fans. Ich rufe euch alle dazu auf, am 25. November an die Urne zu gehen und Ja für das neue Stadion zu stimmen. Zürich und der FCZ sollen endlich ein richtiges Fussballstadion erhalten, wo wir nächstes Mal Champions League spielen können. München, London, Paris, Mailand, Madrid. Ich habe eine Stadt vergessen, Zürich. Eine der schönsten Städte der Welt und die schönste Stadt der Schweiz. Kein Fussballstadion. Wie wichtig die Abstimmung für die Stadt Zürich ist, muss ich wohl niemandem erzählen. Darum braucht es unbedingt ein Ja am 25. November. Tschau zusammen.